Ahahaha Komm Nein! Oh doch 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 doch! Nein 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 ja 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 MACH! Du Pisser! Los in der Abdehnung! Wacko! Willkommen zu einer weiteren Folge von Ungespielte Dähner Abenteuer Zusammen mit Ungespielt und Wer Zuerst Genau Es hier durchschafft Hallo hallo Test 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 Da Der ist cool einfach Der hat einfach Stil Der hat Style Der hat Dähner Style Also pass auf Naja Bam BTF BTF Aber es war nicht Oh nein Es war nicht so schwer wie das andere Aber es war irgendwie schon doch ein bisschen schwer Ja Ich sagte einfach entweder Weißt du Entweder man kann es oder man kann es nicht Ah Glücklich Das war aber irgendwie vielleicht das andere Turn it off Oh pass auf Hä? Ist aber nichts rausgekommen Haha Hä was? Hä? Ich hab den doch Nein ich hab den Checkpoint Checkpoint Charlie Nimm Witz bringst du aber jetzt erst So Putz Wo Wo bist du? Nein irgendwo 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 Ich bin hier gar nicht Das ist glaube ich eine richtig blöde Stelle Hä? Komm nicht hier runter Komm nicht hier runter Komm nicht hier runter Du hast einen Checkpoint Nein Ich war da unten und da konnte ich mich nicht mal umbringen Oh das ist natürlich ein äh Gute Start vom Besteller Nein Oh jetzt bin ich tot Wir müssen hier rüber springen Achso Nein Ich hab einen Na Ne Da ist ein Punkt Da auf der anderen ist ein Punkt Den haben wir übersehen Nein Ich hab ihn dahin gelegt Den hast du echt dahin gelegt? Ja Im Sprung Panikbutton man Haha Ich krieg den aber wieder Oh ich hab ein Schaf gefunden Nein Der hat nur Essen getraubt Und ein Buch Das Buch kriegst du Okay Oh Ich bin doch nicht so der Bücherleser So ich hab meinen Punkt Wieder Wieso geht das denn da so dumm rein Wenn da unten noch nix ist Hi Buzz Schau dich da hinten Auf der Andys Moms Car Dieser pöre Piggi Ich weiß nicht wie zu runter Bitte find einen Weg zu helfen Okay Bist du hier unten? Achso du hast es da schon rausgenommen Wahrscheinlich ne? Wie ich dich kenne Oh Ahahaha Ja Bitte schön Das Buch hab ich runtergedraubt Hier waren noch Sachen Oh Du kleine Pissmärchen Ich bin voll Ja Kannst du da lang Oder kannst du da schon aufs Auto stellen? Ne ne ich muss nicht hier lang Erlaub dir nicht zu teleportieren Du musst den Weg selber finden Ich glaub den ist zu teleportieren Ich glaub den ist zu teleportieren Erlaub dir nicht zu teleportieren Ich glaub den ist zu teleportieren Ich glaub den ist zu teleportieren Ich muss erstmal hier ein Buch lesen Ja? Ganz ruhig Wie heißt denn das Buch? Piggy Aber es ist nicht wichtig Ich hab dir gerade vorgedeckt Ich hab dir gerade vorgedeckt Komm Auf Auto gehen Ja weiß auch Ich hab schon ein Checkpoint gefunden Das heißt Ich könnte jetzt so machen Dass wir jetzt beide weiter sind Aber ich würd eigentlich gerne Dass du das selber mal schaffst Den Weg Aber naja ich mach den Checkpoint So ok Ich bin nett Ich bin nett Aber teleportieren darf's nicht Ups Ja komm Vereil dich Dena Jaja ich mach ja schon Misch ihn da Hä? Ah das war nur mein Checkpoint Das war nur für mich der Checkpoint Ne doch Zdenas und ohne Spiel Checkpoint Warum das denn dann? Doch warte mal ganz kurz Ich drücke selber nochmal Eigentlich schon ne? Eigentlich schon ne? Geh mal runter da Dass du stirbst Ja jetzt hab ich auch gedrückt Jetzt hab ich Jetzt hab ich auch gedrückt Ok Watch yourself Steht da ja Schau dich selbst an Das heißt du musst R5 machen Achso R5 Das war Spaß Echt? Boah Bist du wieder oben? Ich muss einmal in dem Bett schlafen glaube ich Ach du Scheiße Hast du ein Bett? Nein Wir sind ganz oben gespawnt Beide? Ja Wir sind beide ganz oben gespawnt Ok Warte ganz kurz Warte ganz kurz Warte ganz kurz Ich geh ganz schnell dahin Äh Ich hab Ich flieg immer ganz schnell dahin und dann Das geht doch ohne Creative Mode man Was? Wie denn bitte? Ja du läufst doch einfach da oben und dann gehst du dahin wo du warst Ja Äh Wo waren wir denn? Ganz sicher du Hänger Wir sind im Keller Wir sind in der Garage gewesen man Ja ich bin über dem blauen Auto gerade Hä? Was? Ja komm hier Äh Ok Warte ich sterbe aber beim runterfallen Komm Komm Runter da Ja Komm Eigentlich darfst du noch gar nicht sein Da darfst du noch gar nicht sein Lena da darfst du noch gar nicht sein Aha Da darfst du noch gar nicht sein Ok wir sind eins hoch Warte mal kurz Wir müssen Da genau da müssen wir Ey Dürfst du noch gar nicht sein hab ich gesagt Nein Danke auch Komm ich zu mir tp ich zu mir Ja aber das bringt ja irgendwie nichts Das bringt auch nicht Dann mach mal ein Bett wir müssen gleich einmal wieder schlafen Ja warte ich schlafe Game Mode Null Null Jetzt Bett Oh such dir ein eigenes Bett du Schmakrotzer warte ich mach ein Doppelbett Bin schon fertig Du liegst in der Mitte wie machst du das denn Ja das ist wenn man ungeheuer ist aber auch extra viel Platz So kein Bett davon zerstören Also das ist schon stehen wenn ich spüren darf Ja Ok Jetzt erinnert aber den erinnert aber Ok 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 Mann Aber ich spawn wieder hier richtig Ich hab dein Bett kaputt gemacht es noch ne Kann ich nichts machen Du gibst gar nicht aufgenommen Ich hab mich vor der Kamera rum aber berücksicht gar nicht aufgenommen Nein Ah verdammts Ihr habt es geschafft jeder Jetzt musst du es schaffen Scheiße Glück einfach nur Scheiß Luck Komm das schaffst du dir das schaffst du Ja Komm das schaffst du Ja Wie muss man denn da überhaupt drüber gehen Ja äh mit normalen Sprüngen das schaffst du Ja äh mit normalen Sprüngen das schaffst du Ich feuer dich an mit dem Lederstrahlen Hey Komm schaffst du den das schaffst du Jaaa Easy going Turn it off Destroy Checkpoint Wir haben unser Bett jetzt nicht mehr Egal Da Oh Gott ey die Jumpquests der Scheiße Aber ist doch egal wenn man wieder hoch geht Ah ne die sind dann irgendwann weg ne Wer hat denn das gemacht Wow Wow Ha 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 Aber Na ich hab das Joke Ich hab das Joke Ich pack mich hoch Ich pack mich hoch Oder doch nicht Aber dieser funktierte Checkpoint denkens Ja Naja also wir mussten einmal schlafen das war's Das irgendwie war irgendwie was kommt Jetzt Nein Hier ist was geschafft Oh ich kenn die noch auf Ich hab das nicht Ich hab das nicht Ey ich hab das nicht Na so schwer ist es nicht So schwer ist es nicht Was? Ich hab überlebt und bin runter geflogen Was mach ich jetzt? Ja äh hier Segel kassieren von Baba Und du? Ich geh in die Lava Na Selbstmord Ja Oh Du musst einfach das alles sofort so schnell Du musst es einfach so schön schnell machen Weißt du das Oh der hat mich jetzt weggeworfen Das war knapp Das hab ich mal in dem Battle gemacht Und wir haben das Battle trotzdem gewonnen Das hab ich heute auch im Battle gemacht Ich hab's weggeworfen mit Kuh Und ich hab's nicht gemerkt Weißt du? Ich hab's gemerkt Und das war verzauert sich der Mannschwert Ich hab's geschafft Das wirst du dein Leben niemals schaffen Ich wirst du dein Leben niemals schaffen Ich hab's geschafft Und du wirst du dein Leben niemals schaffen Du wirst du dein Leben niemals schaffen Ich hab Punkt gefunden Tja jetzt staunst du nicht schlecht Nein Dena lässt du gehen? Jetzt komm ich nicht mehr rein Wie kommst du schon rein? Nein Ich will nicht dass ich reingehe Ich spiel jetzt Hive Tja Was passiert? Dena Spiel verlassen Ähm Ähm EU16 EU11 EU11 ist schon ingame Ah Dena komm jetzt Ich komm echt nicht rein Dann mach nochmal aktualisieren Und Fenster groß und klein Und dann Und dann Und dann starte neu Das kam aber nicht wegen der Aber bitte Bitte zeig die IP nicht Weil die Server nehmen wir für alle Ähm Als folgenden Adventure Hosts die wir machen Weil sonst Kommen da mal Leute Whitelist anyone? Ja aber trotzdem Trotzdem keine IP zeigen Zu spät Einfach ausblenden Einfach ausblenden Du musst dich daran erinnern Ja bitte Ja jetzt zieht man sie auf jeden Fall Ja jetzt komm Und dann komm Communication Error End of stream CP mich einfach Ja CP mich aus der Ähm Aus Hive hierhin Warte vielleicht wenn ich einmal auf mein War gehe Oh das Spiel läuft bereits Jetzt Warte Was ist hier? Ich habe eine schöne Freundin Und die Mute Ob mich bestraft und behandelt mich Nicht als ob ich ein Hund wäre Sie tritt mir gegen die Beine Ähm wie war die IP Warte ich sehe sie Ja Ohne Auslagen Ohne Spielbänden Bin einfach der Pro du weißt Yeah Alles klar Ah kacke alter So jetzt versuch das zu schaffen Du hast immer auf deine Hürde Ja ich weiß Aber allein ich habe mich aus der HiFi her teleportiert Das war schon viel schwieriger Du bist der krass Schreib mal bitte in die Kommentare Das kann nur Dena Dena Style Junge Ja Unter allen Leuten die das schreiben Und du hast ja noch ein weiteres Dena T-Shirt Ich hätte gerne so ein T-Shirt Dena Nein Schenkst du dir so ein T-Shirt Hä? Zum Geburtstag Schenkst du dir zum Geburtstag so ein jungen T-Shirt Wann hast du Geburtstag? Am 31. August Am Tag Ja mach ich Ja aber es dauert noch ein paar Monate Aber trotzdem Oh dann schenkst du eines der Games Komm ein junges T-Shirt Kann ich auch machen Okay Dann schenk ich dir das Ungeheuer T-Shirt Mit dem Ungeheuer drauf Okay Das war alles ein Deal Das ist ein Deal Okay Dann nehm ich nur mal ein Ungeheuer T-Shirt auf Ahahaha Komm Nein Doch 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 Nein 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 ja 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 Du Pisser Du Pisser Close enough Dena Quacko Du hast es geschafft mit der Wette Close enough man Ein Checkpoint Hier alles okay Weißt ich Ich war einfach wieder so drin Das war einfach Exit to Menu vorhin Ich kann auch nicht nix machen Exit to Menu Das ist so richtiger Ding in Style Hier kommt Töte dich Ich hab ein Spawn gesetzt Ne Ah ne warte Ne warte Ich hab mich vertippt Wie war denn das Achja Ey Ja guck Hier ist übrigens ne geheime Kiste Dena Guck mal Okay Hier drin Richtig geheime Kiste Mit Pizza Planet Sachen drin Aua Ja aber dem Kiste hast du nicht geöffnet oder? Achso Dahinter ist noch einer Scheiße Jetzt komm ich da nicht hin Du hast Wollab gebaut Verboten Ey Der macht die Wette kaputt Da war was drin Da war was drin Oh die ganze Wolle wieder dahin wo die war Maaan Die kann ich erst aufgenommen Oh Okay Ja Dena was machst du schon? Du musst da oben hingehen Ja wir müssen da oben Die müssen den Schalter drücken Nein das kann nicht sein Alter kommst du nicht hin Da oben ist doch ein Checkpunkt Wie kommen wir denn da hin? Ja wir müssen da diese geheimen Treppenwege da lang Oh Irgendwas schief gelaufen bei den Treppen hier ne? So Ähm Mission the same on off Ich kann es nicht drauf drücken Ich auch nicht Jetzt Hä? Oh Achso da Hä? Hä? Ich komm nicht mehr hoch Ja jetzt musst du den Halter irgendwie versuchen zu betätigen Ja wie denn? Ja Von unten oder so Ich hab es geschafft Hä? Ah hier Ne Ne da oben Du musst den hoch springen Das ist nicht halt halt aktiv Guck mal das ist eine Kiste Der kommt da nicht mehr hoch Ja ich weiß Weil das aus der Wand rauskommen ist Ja komm versuch mal den versuch Nein du musst Da wo das grüne ist Wo das grüne war Ja? Da wo das grüne war Ja stellst dich jetzt nochmal hin Und dann springst du hoch und dann versuchst nicht weiter zu drücken Achso Da kommt man nicht an Du solltest denn gehen Doch das hast du geschafft Oh man Guter Junge Guter Junge wenn dann bitte Turn it on Okay Ach du Scheiße das schauen wir dann Äh und hier ist kein Checkpoint ne? Ey wie ganz ehrlich wie dumm ist der Checkpoint denn gesetzt? Das heißt der Checkpoint ist immer dafür Oh Gott Dena weißt das das Problem ist Was? Der Checkpoint ist so dumm gesetzt Und wir dürfen uns wirklich um sich töten Komm Ähm Muss immer nur einer probieren Warte mal ganz kurz Erster Du machst zuerst? Shotgun Machst du zuerst? Ja 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 Boah Ist ein Checkpoint ist ein Checkpoint Turn it off Turn it off Oh erstmal ein Buch lesen Oh Basis geht Nein Turn it off Hör auf Nein nein Jetzt komme ich nicht mehr rüber Mach nochmal Turn it on Du kannst es antun Ne Achso ja warte ich mach jetzt mal Destroy it Mach jetzt Destroy it Jetzt Jawohl Jawohl So ist das für mich der Noob Modus Hahahaha Du glaubst ja nicht mehr das Scheiß Nein Warte Ich muss erst meine Batterie essen So Batterien halten echt lange habe ich das Gefühl Oh bin ich denn hier Das sind Batterien von Duracell Wie viel Geld habt ihr eigentlich dafür bekommen, dass ihr Duracell in diesem Video erwähnt habt? Ja 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 Da hat mir echt jemand in den Kommentar geschrieben, Simon, wie viel Geld hast du dafür bekommen, damit du das Monster Energy Training gezeigt hast? Es gibt echt Energy Training Hersteller, die auch die Let's Player oder zumindest Gamer auf YouTube sponsern. Ja, aber trotzdem, ich habe noch von niemandem irgendwas an Geld bekommen. Zum Beispiel, wie heißt der, Uber Huxonova wird von irgendwie Nox oder sowas. Uber Huxonova war früher, der hat früher Happy Wheels gemacht, bevor PewDiePie Happy Wheels gemacht. Da haben alle bei PewDiePie immer gehatet, dass der Uber Huxonova-Nachbar jetzt andersrum ist. Also ich bin ja von Rocket gesponsert und bekomme da auch kein Geld von. Ich kriege ein paar Produkte umsonst, die ich dann an Abonnenten verlosen kann und sowas. Und dann schreiben Leute eiskalt, Simon, wie viel Geld kriegst du dafür, dass du... So, wo bist du eigentlich langgegangen, Dena? Ach, da, wo die vielen Punkte sind. Oh, Simon! Dena, tipp... Nein, du kannst dich nicht zu mir tippen. Oh, Mann, oh, Mann. Jacke, ich bin auch falsch. Bist du wieder da? Wo bist du? Ich bin an der grünen, ich bin da, wo wir... Guck mal, wo ich bin. Ich will... Oh, Mann. Der war ein Punkt, ich wollte ihn haben. Oh, Mann, Dena. Müssen wir das jetzt neu machen? Ich glaube, ja. Wie viele Minuten nimmst du auf? Äh, warte, ich gucke. Warte, erst mal muss ich anmachen. Ja, nee. Bist du jetzt alles neu, Mann? Ach so, aber es ist jetzt Noob-Modus, ne? Noob-Modus, ja. Das heißt... Noob-Modus, dann geht's ja. Wie lange können wir noch? Okay, warte. Ich hab leider nämlich nicht auf die Uhr geguckt, aber ich kann's nachschauen, wann es gestartet ist. Am 23.12 Uhr. Und jetzt haben wir 23.29 Uhr. Aber ich hab nicht direkt aufgenommen. Aber ich denk schon, dass wir über 15 Minuten sind. Und deswegen ist an dieser Stelle der Cut. Die nächste Folge, ob das schon die letzte ist, es gibt's ja auf jeden Fall. Ne, aber wir können doch jetzt einfach aufhören. Wir müssen doch an irgendeiner guten Stelle aufhören. Ach so. Ne, sowas tun wir uns aber nicht an, Dena. Komm, wir machen, wir machen, komm, wir machen Disney jetzt noch hier und dann, dann machen wir doch, damit die voraussichtlich was Spannendes vor sich haben. Tju. Das ist ja, wir sind ja nicht auf, wir sind ja nicht an 15. Ich hab ein Checkpoint, ich hab ein Checkpoint. Ja. Jetzt können wir aufhören. YOLO. Okay, warte, das ist jetzt anständig hier. Also, wir sind jetzt hier, wir müssen jetzt da lang springen, dann da lang und Dena, dann sieht er schon wieder den Punkt und kriegt das Goldfeeball. Du Spacko. Ne, Dena, so nicht. Entweder machst du jetzt hier aus oder du bist des Todes. Also. Wir selbst sind schon, Hardrine. Einhaut, äh, positive Bewertungen raus, wenn ihr genauso Spaß hattet und, äh, mach's gut und ciao. Ciao, die nächste Folge gibt's von mir. Ja, nächste Folge bei, äh, ungespielt. Ich zieh mich danach aus vor der Webcam, weil es wahrscheinlich eine der letzten Folgen sein wird, dann zeig ich einfach meinen Puller. Cut!